Hey und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part haben wir eine sehr, sehr, sehr krasse E3-Mission nachgespielt, die sich leicht abweicht von der Original-Version aus der E3, sagen wir es einfach mal so. Ist jetzt aber nicht so schlimm gewesen, habe ich jetzt auch gar nicht erwähnt oder so, aber es ist wie gesagt nur kleine Details, wie die Pfütze zum Beispiel, die gibt es gar nicht mehr. Nein, Spaß. Wir sollen jetzt aber zur Zeremonie von Jefferson Davis, um natürlich seine Ehremedaille zu begutheißen, sagen wir es einfach mal so und da werden wir jetzt hingehen. Ihr könnt auch schon sehen, wir haben einen neuen Anzug, den haben wir von Black Cat bekommen und der sieht auf jeden Fall mega cool aus und den werden wir jetzt die nächsten Parts erstmal nutzen. Und jetzt gehen wir hier direkt runter, Freunde, und schauen mal, was hier natürlich jetzt gleich passieren wird. Da ist der Bühneneingang und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg hat mir damals eine 3 minus. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld. Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei, vorbei? Ich, ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet. Von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Hm. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken. Und das herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich, ich komme vorbei und, äh, ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Tja. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis, die Ehrenmedaille der Behörde. Ein anderer, Sir. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Äh, danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie. Meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln. Aber sie werden nichts tun können. Hm, hm. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Hm. Ich will sie nicht. Runter! Miles! Miles! Bist du okay? Ah! Miles! 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 Peter! Komm schon! Peter! Miles! 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 Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Ich höre! Peter! Meine Hand, wenn du nicht hörst! Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon! Sag etwas, bitte! Mom! Ja, Freunde, wie ich schon vor ein paar Parts gesagt habe, ist das ja einer der weiteren Charaktere, die man in diesem Spiel spielen kann. Ähm, es ist krass! Es ist einfach krass, das jetzt zu sehen. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Wie gesagt, ich versuche mich einfach irgendwo ein bisschen durchzuschleichen. Vielleicht können wir den ein oder anderen Leuten helfen. Hallo? Wie geht's? Das ist einmal nicht gut, oder? Spielen wir mal darüber. Alter, wie hier alles zusammenstürzt, ey. Wir geben uns hier gerade in eine Situation, die einfach mega scheiße ist. Jetzt krabbelt bloß nicht da runter. Er macht tatsächlich, Alter. Du hast doch echt einen Arsch auf den Malz. Was ist los bei dir, Bruder? Mach doch nicht solche Faxen, man! Bruder von einer anderen Mutter, was ist los bei dir? Oh Mann! Alter, wie hier einfach alles brennt und kaputt ist. Also, ja. Ihr solltet wahrscheinlich jetzt auch einen Charakter vorher gesehen haben bei der Explosion, der ebenfalls wichtig ist, Freunde. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr euch die Szene ja gerne nochmal angucken. Mom? Mom! Miles! Oh! Ah! 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 Schnell! Schnell! Denk da! Rutsch weg! Ah! 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 Sieh! Mach es! Mach es! Mach es! Mach es! Alles okay! Gut gemacht, Junge! Bist du okay? Ja! 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 Mit mir ist alles okay! Ich bin okay, mein Vater! Du hörst ruhig! Ich liebe dich! Ich muss Dad finden, okay? Nein! Nein! Dad ist da drin! Ich werde ihn finden! Miles! Oh Mann! Ich bin weg! Er schnackt hier! Ich bin doch nicht! Was ist so ein Teufel! Ah! 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 Ja, ist schon gut, aber du weißt schon, dass der Typ da gerade steht. Wie soll ich denn da durchkommen, Miles? Wir müssen jetzt ganz kurz warten, bis wir durch können. Rück dich. Oh Mann, ey. Ey, also er ist auf jeden Fall mutig, wie sein Vater. Keine Frage, Freunde. Nein, nein, nein. Fuck. Stell dir mal vor, ey, der Typ ist wahrscheinlich 16, 17 Jahre alt und muss sich sowas angucken, ey. Leichen überall. Leute werden abgestochen, abgeschossen. Wir haben hier so einen Lichtstall, der darf uns natürlich nicht treffen. Wir müssen abwarten. So, jetzt. Oh, der hält fast was bemerkt. Das ist nicht gut. Ah, Arschkarte. Scheiße. Da ist noch ein Typ, der wird uns wahrscheinlich sehen hier, wenn wir jetzt darüber gehen. Deswegen warte ich nochmal ganz kurz. Einfach nur zum Beobachten, was der macht hier. Boah, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr das auch für euren Vater machen? Obwohl ihr wisst, dass da solche Leute sind mit solchen komischen Spezialkräften und sowas? Habt ihr das mal in die Kommentare. Hätten wir vielleicht nicht berühren sollen. So, schnell hier rein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das sieht aber richtig aus. Hier wurde auch gerade einer abgestochen nochmal. So, schnell hier drüben. Als ob die mich jetzt nicht sehen. Gerade der Typ in der Mitte, der hätte mich gerade sehen müssen eigentlich. Aber gut, Freunde. Ich will jetzt natürlich nicht rassistisch klingen, aber es ist ja ziemlich dunkel und wir sind auch ein schwarzer Junge. Es kann natürlich sein, dass das eigentlich so krass auffällt. Freunde, ich bin aber nicht rassistisch. Bitte, bitte, denkt das nicht von mir. So. Oh, fuck. Der hätte mich fast gesehen, ey. Okay, jetzt müssen wir auch hier wieder kurz warten. Wie soll ich denn da hochkommen, wenn da drei Leute stehen, ey? Ich muss halt kurz abwarten, bis er weg ist. Ich könnte es jetzt versuchen. Fuck, man. Okay, Freunde, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich weiß halt bloß nicht, wie ich da hochkommen soll. Das ist halt sowas von übertrieben, ey. Aber scheinbar können wir hier durch. Der sieht das nicht. Interessant auf jeden Fall. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, da oben steht nochmal einer. Soll ich jetzt einfach hochgehen? Ich bin da, Dian. Yo, Kylo. Ich hab dich, der. Stopp. Nein. Genug. Die müssen weg. Jetzt. Dad, 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 Dad. Wach auf, Dad, wach auf, wach auf. Wach auf, Dad, wach auf. Wach auf, Dad, wach auf. Wach auf, Dad, wach auf. Wach auf. Wach auf, Dad, wach auf. Wach auf, Dad. Wach auf, Dad, wach auf. 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 Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hm, hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Wach auf, Dad, wach auf. Ja, Freunde, was soll man dazu noch sagen? Es ist übelst traurig, dass so ein Ehrenmann wie Jefferson Davis einfach jetzt sterben musste. Wegen so einen Idioten. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist einfach traurig zu sehen. Und, ähm, ja, Peter Parker kennt das ganze System natürlich schon, wie, 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 wie so was ist einfach. Ich meine, er hat ja Onkel Ben auch verloren. Und, äh, ist ja auch scheiße für ihn gewesen. Und, dass Maltet so reagiert, ist natürlich hart. Aber ich kann auch seine Reaktion etwas verstehen, Freunde. Deswegen, ja, schreibt es ganz gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich denke, ich werde jetzt noch ein bisschen was machen, Freunde. Weil hier müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, da unten ist das ganze Ding, wo wir hin müssen. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest, äh, J. Jonah Jameson? Das ist einfach nur dieses Radio, was man leider nicht ausstellen kann. Was mich auch übelst nervt. Aber, gut, das müssen wir einfach anlassen, Freunde. Puh, aber es war eine geile Mission, Freunde. Muss ich ehrlich sagen. Also optisch dargestellt, einfach nur bombastisch. Aber schauen wir mal. MJ hat richtig vermutet. Hier wimmelt's von Dämonen. Ich muss die Typen ausschalten. Dann sehe ich mich um. Okay, Freunde. Wir haben eine kleine Staff-Mission wieder. Das können wir ganz gerne machen. Wir können aber auch gerne mal ein bisschen Action-Action machen. Wir müssen ja nicht immer hier auf Stealth-Malf machen. So, dann holen wir uns den Typen hier gleich mal. Den hole ich mir einfach jetzt mal noch so. So, Objektscannerung können wir noch aktivieren sollen. Was sollen wir das denn jetzt hier bringen? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es mal interessieren. Die merken mich ja noch gar nicht mal. Was können wir denn machen? Haben wir denn irgendwas, was wir vielleicht irgendwie mäßig ausrüsten können? Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch einen neuen Anzug hier. Den Wrestler-Anzug. Oh Gott, das will ich. Geh bloß weg damit. Ähm, verbesserungsmäßig haben wir jetzt hier auch nochmal ein paar Sachen. Verbessert den Netzschlag-Taktor und so, dass Gegner in der Nähe zurückgeworfen werden. Können wir eigentlich mal ausrüsten. Ah, nee, kostet zwei hier sogar. Dann mache ich das hier mal. Kostet auch zwei. Cool. Warum kostet das jetzt alles zwei? Dann machen wir einfach das hier, Freunde. Sollte schon klappen. Ich wollte aber noch so gucken, ob ich Gadget-mäßig hier ein bisschen was machen kann. Wir haben hier die Spider-Drohne zum Beispiel. Kostet eine Basismarke. Ähm, ich würde mal sagen, die machen wir einfach mal. Und dann haben wir hier noch so diesen Erschütterungsschlag. Den werden wir auch gleich mal ausrüsten. Ah, nee, können wir nicht. Wir bauen wieder Herausforderungsmarken. Das können wir leider jetzt erstmal nicht in Anspruch nehmen, Freunde. Aber ich würde mal sagen, ähm, ja, kümmern wir uns um die zwei hier. Zack, 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 zack. Und dich besiege ich auf jeden Fall. So. Ich glaube, ich wurde noch nicht entdeckt. Nee, ich wurde noch nicht entdeckt. Wir haben noch diesen schönen Schlag hier. Zack. Halt die Fresse, halt die Fresse. Nichts sagen, nichts sagen. So, nichts sagen. Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Okay, die da hinten merken, glaube ich, schon was. Aktivieren wir die Spider-Drohne. So, die hilft mir natürlich nochmal ein bisschen hier im Kampf, Freunde. Das ist so eine kleine Version der Spider-Drohne. Und ich habe ja noch den Spider-Bro. Der ist nochmal ein bisschen krasser. Ähm, aber den brauchen wir jetzt, glaube ich, hier an dieser Stelle erstmal nicht. So, ich muss hier wieder aufpassen. Erstmal wieder einspinnen. Schnell, schnell. Boah, fuck, der hat mich nochmal erwischt. Ich glaube, wir dürfen das Gebiet nicht verlassen. Okay, das waren alle. Okay, das waren schon alle. Wie der einfach da in der Ecke klebt. Mach kein Auge, Bruder. Ach, kannst du ja sowieso nicht. Du hast eine Maske auf. Von daher, easy. Easy. Ich weiß, du kriegst Nasenbluten. Tut mir absolut, absolut leid, Freunde. Aber da kann ich halt auch nichts machen. So, gehen wir mal rein. Hm, Hochsicherheitsschloss. Das ist was für Banken und nicht für Recyclinghöfe. Vielleicht finde ich heraus, woher der Strom kommt. Okay, wir haben jetzt einen Stromkasten. Müssen wir mal kurz gucken. Jetzt scannen wir das Ganze mal. Den können wir dann wahrscheinlich kurz schalten hier. Damit der hier auf jeden Fall komplett kaputt ist. Vielleicht kann ich den Stromkreis überbrücken. Brauche meine elektrischen Netze. Gut, das hat geklappt. Aber der Stromkreis braucht ein bisschen mehr Saft. Er braucht mehr Saft? Wo gibt's denn hier noch mehr Saft? Oh, belastend, ey. Für so eine bescheuerte Tür braucht der so viel Strom, oder was? Da haben wir auch nochmal so einen Kasten. Da. Der Kreislauf scheint stabil zu sein. Vielleicht ist ein anderer Anschlusskasten in der Nähe. Hab ihn. Fast geschafft. Noch ein Kasten. Okay, es fehlt scheinbar nochmal ein Kasten. Aber welcher? Ah, außerhalb. Fuck. Vier Strom... Ah, nee. Ist nicht außerhalb. Vier Stromkästen. Aha. Belastend, ey. Für eine Tür. Das ist es. Freunde, ich überlege gerade, sollen wir da jetzt noch reingehen? Nee, ich glaube nicht. Wir machen hier jetzt erst mal Schluss. Das ist ein bisschen mies, Freunde. Ein kleiner Cliffhanger für den nächsten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es ganz gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ja, ich fand es auf jeden Fall ziemlich krass. Und es geht halt jetzt echt langsam rund, Freunde. Deswegen könnten die nächsten Parts ziemlich interessant sein. Deswegen schaltet da unbedingt wieder ein. Lasst ein Abo da. Liked den Part. Schreibt einen Kommentar. Alles dies, das ist Ananas. Man kennt es. Und dann freue ich mich. Dann freut ihr euch. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Hau da rein. Und tödödö. Untertitelung. BR 2018